Jetzt ist auch das Fritzlarer Rathaus in der Hand der Narren. Beim Rathaussturm am Montag machte den Karnevalisten das stürmische Wetter mehr zu schaffen als die verschlossene Rathaustür. Doch trotzten die Jecken dem Wetter und stürmten das Rathaus im Eiltempo mit ihrem Schlachtruf. Dann verlas das Prinzenpaar noch schnell die Gesetze, die bis zum Aschermittwoch gelten. Und Bürgermeister Hartmut Spogart riet dazu, das Lachen aus der Karnevalszeit auch danach nicht zu verlieren. In diesem Sinne.